Herzlich Willkommen zum wie auch schon sehr sehr lange angekündigten Super Mario World Together das war jetzt war kein deutscher Satz aber herzlich willkommen zurück Joro hat ein episches Hai ja ein episches Hai... äh, I fight superfaktisch und wundervoll an So, Marco? Ja, I'm ready Bist du ready? No, I'm not ready I need your Hackbraten A oder B Äh, äh, erstmal geh auf iris data Wir machen das auf A Aber wir möchten alles den kompletten Rezeption Und ja, wie ihr das schon seht, wir haben ausgetestet, ob alles funktioniert Okay Noch irgendwas zu sagen? Ja, ich zeig das jetzt im Singleplayer, du bist nur dabei Ich war... Aaaaaah Ich habe die Vollstreckungsmacht hier Oh, hallo Ähm, ja, mir ist relativ egal, was da steht Ich bin... Fakt ist, Peach wurde wieder entlürzt Ich kann's nicht wegdrücken Aaaaaah Ja, jetzt kannst du Du musst halt warten, bis die Musik Ende ist, oder? Ich gab einfach von voraus rum Gut Marco? Ja? Du machst das Level links Gut Ich wollte schon sagen, warum bewegst du dich nicht? Weil ich ihn ownen wollte Warte, ich muss erst mal mit der Steuerung wieder klarkommen Oh, warte, wir zocken es zwar keine 100%, aber dieses hässliche Leckteil Ich will das Teil haben Aaaaaah Es fängt schon mal sehr gut an, der Part Aaaaaah Marco! Ich krieg... Nein, 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 nein Ich... Nein, nein, nein 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 Uuuh, Skill Alter, ist Leck total Das kann ich dafür Du hast mir den Pilz geklaut Ich habe aber gesaved, dass du einen Pilz hast Was zum Teufel machst du da? Huuh Nicht antworten, das gehört sich nicht von irgendwas wie viel Doch Oh, stimmt, ey Boah, 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 das war knapp Ich werde das Level so beenden Ach Gott Ihr merkt, wie dumm das hier anfängt Ja, ja Ich muss, ich muss Boah, danke Ähm, solange noch, solange ich noch keine Fails absolvieren werde, muss ich ein bisschen rumgurken Das merkt man Da kannst du den Spinjob machen Ich kenne das Game Show Ja, ja Ich kenne dieses Game besser als SMB 1 und 3 Zusammen? Ja Aber ich kenne es trotzdem schlecht Wenn du das weitergemacht hast, du hast echt noch 100% Ja, ich habe doch gesagt Hä, wo habe ich denn bitte die zweite YoshiCoin Ach, egal Nein, ich will nicht wissen, was da steht Nimm das Ja, Leggy Power und so Nach oben kannst du es auch kicken, Michelle Bist du dumm, oder was? Ja Okay, das war eine dumme Frage Wie, wie kann ich es nach oben kicken? Ah Einfach mal nach oben kicken Ah Ich will das Wort ab Huah Denk schon Nein Oh Gott, der war bald Egal Ich will dieses Drecks Teil, danke Oh nein, ich krieg's die nicht hundertprozentig, dass ich jetzt Jahre hier festsitze Wieso? Das ist doch doch nicht desynchron, oder wie? Doch Halt, ich war schlauer Einfach mal auf die schlaue Art und Weise Alter, wie es legt, was ist los? Wo soll ich das jetzt sagen? Waaah, sei zwangl Wow, und das im ersten Level, Marco, sei stolz auf dich Ich hab so hundertprozent Er stirbt, du hässlicher Yeah Also die Lächsten auf jeden Fall im nächsten Part behoben, das kann ich versprechen Nichts Bestimmt Nee, kannst du's nicht versprechen Geh, bisschen Fleisch essen Oh, heimlich ist die Quittung Du weißt schon, aber dass ich dran bin Ich hoff's für dich Und du wirst dann, äh, wirst du beim nächsten, in der nächsten Runde dann dieses Level nehmen Dann kriege ich schon mal die Gelben, also den Yellow Switch Palace Und ich komme nicht mehr zu sein um dieses Level ja So, ich muss mich jetzt aber auch wieder an das Spiel gewöhnen Huah Hu Hu Wow Leck Döner Hurray Gut, mit Yoshi kann man Früchte essen Für die Leute, die es nicht wussten Die Früchte hängen nicht vom sonst da Deshalb wolltest du also dieses Level nur damit du den Grünen bekommst Ja Ich meine, das muss grün sein Und ich bin grün und Yoshi ist grün, das passt doch Perfektes Tag, äh, Dream Team und so Oh nein, ich Tag, Dream Team Nein, du kriegst worden, aber das ist so unfair Scheiß mir Items raus, Yoshi, falls du das kannst Komm mal Marco, ich mach das echt 100% Nein Er hat das rausgeschissene Item umgebracht Als ob er so seine Kinder umbringen würde Das ist was nur du mit deinem So, das war perfekt wie Blaubehron seine Kinder abtreibt Ja Yes, du hast es nicht 100% Dir fehlt eine Ist mir scheißegal Ich bin besser als du, gibts zu No Fakt ist, in dem Spiel sieht man, dass Luigi immer noch die fette Mario Form hat Weil sie einfach zuvor hat, eigenes Pratswing zu machen In der Game-O-Version ist natürlich anders Natürlich, das ist die Game-O-Version Nein, gar nicht Aktivier dich schon mal Jetzt rennen Nein, ich möchte das nicht Wieso nicht Oh, ich war fast rausgegangen HALT Ich will noch ein What-Up Oh, du Uren Renn doch halt Das ist übel der Super Saiyan-Gen-Renner Ist doch voll schnell und so Son Goku Power Uuuh, daneben Du hast verfehlt Und nochmal Beim dritten Mal schafft es doch To-do-do-tö To-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Drück Lass muss man sich drücken Das geht von alleine weg, du Knecht Boah, Spreidon Ja, es hat's Yellow Switches Oh, ho, ho Alter, pass auf was du tust So, dann darf ich jetzt nicht auf das andere drei machen Hey ich werde mal nicht wieder das internet weg kann es sein also ja du hast ja gesehen dass ganze barter online ist also muss man die echte internet natürlich gott dann werden wir es in zukunft merken wir werden nur auf dem wenn seine eltern weg sind die sind weg und wenn du es dann ein internet meine schwester gott ist ja auch mal weg nein leider nicht sie wird mich dann anwirken und dann nein du bist es nicht mehr grün was dir bemerken solltest wenn man genau sieht man joshi um was zu essen hast du das gemerkt nein ja ja ich kann auch gemein sein gleich im ersten part du bist auch noch stemmen glaubt mir aber ich weiß auch ganz genau wo nein nein ich muss das castle machen ja genau deswegen nein ich werde es gehen ich werde kamek besiegen der war leben die lecks in play meine oma islam nach diesem part will ich auf jeden fall dafür sorgen dass die lecks weg sind also genießt so in diesen party lecks falls ihr lecks mögt dann gewissen moment marco ich muss das testen kann das kasten kann ich wenigstens hinkriegen weil ich ist ja also schwer ist nun auch wieder nicht ich weiß es hat auch ich geschafft aber ich hatte da auch im wasser rum die es ist richtig erst mal von hinten guck weg damit oh gott nein manchmal ach marco du zerstörst es immer ich habe den fisch getötet okay nein 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 ich will raus boah ich bin fast gestoppt wie kann ich springen verdammte scheiße mit der hohen taste auch noch ach so ich bin fast ersoffen ja seh ich boah ich sterbe nein jungen nach diesem pack muss ich die steuerung anders konfigurieren ich habe jetzt ich habe es falsch rum gemacht ich habe jetzt den drehsprung da wo ich den normalen sprung haben wollte wie hast du das bitte gemacht vorhin? halt die schnauze nein da habe ich noch nicht gewusst dass Döner falsch lecker aus der dose herauskommt ja ok ist notiert aha secret boah das ist ein instant ja die kannst du nur mit Jovji essen hua wo ist der typ wenn man ihn mal braucht ja der ist der gammel kann bei mir rum münzung so wie du damals oh nein ich werde ich werde geohnt in dem spiel ist es eigentlich unwichtig münzungen zu sammeln I know about that shit wo führt mich das hin? tja find's doch raus du achso stopp nein warte ich habe ihn gebraucht oder? nein was ist wohl was für Bö- ah doch ja sag ich warte ich habe es gehen und schafft es du kommst da nicht rauf ja ich könnte den safe laden ja deadfeel switch ist weg ja also soll ich ihn laden? warte 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 ich bin weg vom bildschirm da ich schon hey hey komm wartet man wie kann ich ich werfe doch immer ein feuerball wenn ich renne wie kann ich bitte die shell tragen? ähm erst wenn du den vor allem weggehauen hast kannst du ja noch die taste gedrückt halten achso ja so dann muss ich halt jetzt wieder hier drauf und dann hier und dann wieder hier und dann hier und der panzer du hast es kaputt gemacht das kommt nicht mehr wieder hey ich habe ihn davor auch zerstört schwirb einfach achso momentchen ah er stimmt so hhh nehmat und dann schmeißt du wieder den switch weg ja ich muss erst mal wieder hochkommen haha NEIN ok wenigstens bin ich da wenigstens mache ich ähm wenigstens habe ich nie zeitmangel im spiel ja weil ich alles gründlich mache abfick deine nein 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 das will ich ich will das mal ja man merkt markus noch ultra anfänger nein nein nicht du alter wärst du jetzt gefischt worden ich hätte nicht instant ausgedacht ach gut wenigstens noch aber Marco das war eine peinliche leistung ey mein bin ich noch nicht gestorben in dem Papst ja noch nicht bald aber ey komm das mit der Blume war unnötig ich muss meine Tasten auf jeden fall neu legen ich komm damit nicht zurecht EG ich kann auch ein anderes Level machen damit du das Level machen kannst NEIN WITTE ahja in Kassels kann man by the way nicht Yoshi benutzen das heißt er wartet draußen ok das ist ein bisschen traurig finde ich verschwinde jetzt hier gern Zeit und Marco kann ja bisher über irgendwas reden also das heutige Thema für diesen Part ist ne nein wer denkt ihr wird in diesem LP öfters ausrasten du bestimmt also ausrasten im Sinne von komplett rumschreien sei Kissen töten andere Sachen töten oder einfach komplett ragen du halt und ja ich kann mit dahinten rum doch nicht mehr schade die Koopas sind echt dumm sie haben echt kein Leben einfach nach hinten her zu klettern ich weiß warte mal ahja ich kenn die Phase ja das kenn ich auch noch das Level ich habe es ja damals in meinem 1 Jahre Special gezockt das Game echt ja das muss ich mal reinschauen da bin ich auf die Falle reingefallen du 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 ich habe doch schon Feuerblumen das ist lame AHHHHH 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 ja okay ein Ausrast auf Joe's Seite ähm panischer Schrei kann man mal sagen ähm Ding ähm hat man dich eigentlich jemals gesehen dass du ausrastest und dein Kissen verprügelt nicht würd nicht schade Töte ihn nicht mit Feuerball das Verlaine bisschen Anspruch ja peinlich an Einstorm ja klar ja 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 ich schob sie mit Feuerball weg ich darf das nein ich habe gesagt mache das weil ich gegenseit zu dir verliege ich meine Ersatzfeuerblumen nicht ja bei mir war es auch eine panische Situation der Gampfe schock dazu ja bei mir doch auch ich meine ich kämpfe und du bist einfach nur fast ersoffen worden ersoffen worden das war kein deutsch so damit haben wir die erste Weltamt geschlossen Mario heißt äh übersetzt komm 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 ok Mario hat den Iggy Cooper besiegt im Kasten Nummer 1 und hat Joshis Freund gerettet ähm ja wer ist wohl in warte ok wer ist wohl in den einen eingesperrt äh oder so oder nein nein es ist kein Fragezeichen dahinter also es ist keine Frage ja egal mit anderen Worten es beginnt jetzt äh die Reise im Dinosaurierland aber erst im nächsten Part nein die Donut äh die Donut Ebene kommt jetzt Donut Plains ok ich mag Donuts ja da können wir schon mal den Part hier wählen weil die erste Welt abschließend ist immer der perfekte erste Part ja hatte ich auch vor es sind zwar erst 15 Minuten aber sogar ich den Lex schneller beheben und ihr müsst nicht mehr mit Lex auskommen also falls euch der Part gefallen hat und ihr das Let's Play mögt oder unterstützen wollt oder sonstiges könnt ihr das Video gell mit einem Daumen nach oben einem freundlichen Kommentar einem Verbreiten des Videos einem Abonnieren unserer beiden Channels oder einem Verbreiten unserer beiden Channels begutheißen Joes Channel ist in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder wenn ich ja wahrscheinlich meinen ersten Death erleide und komplett ragen werde okay bis dann und tschau 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 tschau